Hallo, ich bin Franzi und zwar möchte ich heute meinen Samsung Galaxy S Plus verkaufen. Hier ist es einmal zu sehen. Es ist jetzt ca. ein Jahr alt, ist in der Farbe weiß, wie man hinten sehen kann. Und das Smartphone ist soweit gut erhalten, also es ist nie runtergefallen, wurde immer in der Handysocke transportiert, stammt aus einem Nichtraucherhaushalt. Funktionalität ist absolut in Ordnung, also es ist nichts daran auszusetzen. Denn ich verkaufe es jetzt nur, weil ich ein anderes habe und trenne mich jetzt, wie gesagt, nach ca. einem Jahr von dem Handy. Mit dazu kommen dann noch Kopfhörer, die gehören dazu und natürlich das Ladekabel und USB-Kabel. Und ja, wer jetzt ein echtes Schnäppchen machen möchte, den sage ich nur bieten. Es sind nur sieben Tage Zeit und wenn ihr es haben wollt zu einem günstigen Preis, mitmachen und ersteigern. Ich wünsche euch viel Spaß.